Was ist? Was ist da los? Das, das hört sich ja sehr komisch an. Da tut sich nichts mehr. Reagiert nicht mehr. Was ist los? Der Staubsauger ist kaputt. Hat das alte Ding jetzt den Geist aufgegeben? Ja, da warte ich schon lange drauf. Lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich das Ding ja reparieren. Lass mal schauen. Das krieg ich schon wieder hin. Seit wann kannst du den Staubsauger reparieren? Ich glaub, du hast ne Meise unterm Pony. Na gut, dann eben nicht. Ich hol dir was anderes. Was anderes? Was, was holt der wohl? Da bin ich ja gespannt. Ich bring das alte Ding mal lieber raus in den Schuppen. Wer weiß, was ihm noch einfällt. Und was soll das jetzt? Ich ahne es schon. So, Eiber, Schaufel und Besen und einen Wischlappen. So hat meine Mutter schon geputzt. Wie deine Mutter geputzt hat, ist mir egal. Ich möchte nämlich einen Saugwischer. Ich habe keine Lust, jeden Tag mit Kehrschaufel, Eimer und Wischlappen durchs Haus zu rennen. Nein, ich möchte einen Saugwischer, der gleichzeitig saugt und wischt. Das ist sehr praktisch. Einen Saugwischer. Das kommt ja gar nicht in Frage. Der ist viel zu teuer. Was? Zu teuer? Aber die Spülmaschine, die du gekauft hast, die war dir nicht zu teuer, oder? Das ist ganz etwas anderes. Für die Spülmaschine und das Geschirr bin schließlich ich zuständig. Und das muss ich jetzt auch gleich in Angriff nehmen. Das Geschirr muss jetzt eingeräumt werden. In der Zeit kannst du ja dann putzen. So, so. Oh nein, nicht mit mir. Da werden wir schon sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Ich habe eine Idee. Was ist denn jetzt los? Also, was soll das denn jetzt? Die Spülmaschine geht nicht an. Die Spülmaschine ist kaputt. Was? Lass mal sehen. Vielleicht kann ich sie ja reparieren. Als ob du Spülmaschinen reparieren könntest. Tatsächlich. Die geht nicht. Na, sowas. Ja. Ja, und was mache ich jetzt? Na, das Geschirr mit der Hand abwaschen. Das hat doch deine Mutter auch schon so gemacht. Ja, was will man machen, wenn alles kaputt geht? Ja, das kann ich dir sagen, was ich mache. Ich fahre jetzt los und kaufe mir eine neue Spülmaschine. Was? Du kaufst dir eine neue Spülmaschine. Aber ja, ich spüle doch nicht jeden Tag das viele Geschirr mit der Hand. Oh nein. Ja, ja, dann können wir da auch gleich einen neuen Saubwischer für mich kaufen. Muss das sein? Das wird doch dann viel zu teuer. Ja, das muss sein. Ich habe auch keine Lust, jeden Tag die Böden mit Schaufel und Besen zu kehren und anschließend nass rauszuwischen. Oh ja, na gut. Du bekommst einen Saubwischer. Das wird eine teure Angelegenheit. Ja, juhu. Ja, wo bleibst du denn? Ja, ich muss nur noch kurz was erledigen. Komme sofort. Was hast du denn noch gemacht? Ich dachte, du hast es eilig. So, da bin ich. Wir können gleich losfahren. Ich musste nur noch kurz die Sicherung wieder reindrehen. Was für eine Sicherung. Die Sicherung in der Küche von der Spülmaschine. Äh, wie bitte? Ich verstehe nicht. Ja, sonst hättest du doch nie verstanden, dass ich einen Saubwischer brauche. Dann ist die Spülmaschine gar nicht kaputt, sondern du hast die Sicherung rausgedreht. Ich fass es nicht. Du hast mich reingelegt. Nur damit du diesen Saubwischer bekommst. Ja, das musste sein. Ja, du hättest dir doch sofort eine neue Spülmaschine gekauft. Und so hast du halt jetzt verstanden, dass ich einen Saubwischer brauche. Aber sieh's mal so. Das Geld für die Spülmaschine, das sparen wir jetzt. Aha, sehr lustig.